Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Steinbock, heute hast du die Möglichkeit, seltsame, aufregende und lebhafte Träume zu haben, die deinen kreativen Funken entzünden können. Diese Träume können dich dazu inspirieren, neue Kunstformen zu erforschen oder dich in die Werke innovativer KünstlerInnen zu vertiefen. Es ist aber auch ein Tag, an dem die Themen Romantik und Intimität in deinem Leben im Mittelpunkt stehen. Du hast ein starkes Verlangen nach bedeutungsvollen Beziehungen, aber deine Vorbehalte oder Unsicherheiten gegenüber deinem Partner könnten dich davon abhalten, deine Gefühle voll zum Ausdruck zu bringen. Ergreife heute die Chance und teile deine Bedürfnisse offen mit. Deine Ehrlichkeit könnte deinen Freund oder Partner angenehm überraschen und zu einem tieferen Verständnis und einer besseren Verbindung zwischen euch führen. Die Welt hat seit dem letzten Jahr tiefgreifende Veränderungen erfahren, die sich sowohl auf globale als auch auf persönliche Aspekte unseres Lebens auswirken. Das Konzept des Gebens hat sich weiterentwickelt und betont, wie wichtig es ist, unser Wissen und unsere Erkenntnisse zu teilen und nicht nur finanzielle Ressourcen. In dieser Zeit des Wandels sind Anpassungsfähigkeit und Offenheit gefragt, da wir lernen, auf neue Weise mit anderen zusammenzuleben. Yoga kann in solchen Zeiten eine kraftvolle Praxis sein, da es den Geist befähigt, den Körper zu einer neuen Art des Seins zu führen und die geistige und körperliche Flexibilität zu fördern. Wenn du im Verkauf oder in einer anderen überzeugenden Funktion arbeitest, steht dir ein herausfordernder Tag bevor. Menschen zu überzeugen, könnte sich als schwieriger erweisen als sonst. Die Menschen sind vorsichtig mit ihren Finanzen und verlangen einen hohen Wert und Qualität, bevor sie ihr Geld ausgeben. Um erfolgreich zu sein, musst du den echten Wert und die Vorteile deines Produkts oder deiner Dienstleistung aufzeigen. Der Aufbau von Vertrauen und Glaubwürdigkeit wird entscheidend sein, um andere zum Kauf zu bewegen. Die heutige Himmelsausrichtung ermutigt deinen bösen Sinn für Humor zum Vorschein zu bringen. Ähnlich wie ein Wehrwolf bei Vollmond. Wenn dein Partner oder deine Partnerin mit Herausforderungen oder Rückschlägen konfrontiert ist, kannst du ihre Situation mit Humor nehmen. Es ist jedoch wichtig, dass du ein Gefühl der Empathie bewahrst und dir überlegst, wie du dich fühlen würdest, wenn die Rollen vertauscht wären. Sei bereit, herzhaft zu lachen, nicht nur über andere, sondern auch über dich selbst lachen kann ein mächtiges Werkzeug sein, um mit den Höhen und Tiefen des Lebens fertig zu werden. Bei der aktuellen Himmelsausrichtung ist es ratsam, im Umgang mit anderen vorsichtig zu sein. Die Emotionen kochen hoch, und die Menschen sind vielleicht empfindlicher als sonst. Deine Worte und Handlungen haben mehr Gewicht. Deshalb ist es wichtig, dass du dich in Einfühlungsvermögen und Verständnis übst. Höre anderen aktiv zu, wähle deine Worte mit Bedacht und zeige Freundlichkeit und Rücksichtnahme. Dies wird dazu beitragen, harmonische Beziehungen zu fördern und unnötige Konflikte zu vermeiden. Die Anwesenheit des Mondes in Schütze fördert deine Abenteuerlust und regt dich dazu an, das Leben furchtlos und wagemutig anzugehen. Du hast vielleicht das Gefühl, dass die Welt voller grenzenloser Möglichkeiten ist, was dich dazu inspiriert, kalkulierte Risiken einzugehen und neue Horizonte zu erkunden. Auch wenn Spontaneität zu aufregenden Erfahrungen führen kann, ist es wichtig, dass du deine Wünsche mit sorgfältiger Überlegung abwägst. Nimm dir einen Moment Zeit, um mögliche Konsequenzen abzuschätzen und sicherzustellen, dass deine Entscheidungen mit deinen Werten und langfristigen Zielen übereinstimmen. Lass dich von der abenteuerlichen Energie anstecken, aber denke immer erst nach, bevor du handelst, um fundierte Entscheidungen zu treffen, die mit deinem wahren Selbst übereinstimmen. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir drei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Die Fünf der Münzen steht für Not, finanzielle Herausforderungen und ein Gefühl des Mangels. Diese Karte deutet darauf hin, dass du heute vielleicht eine finanzielle oder emotionale Belastung spürst. Sie steht für eine Zeit, in der du mit äußeren Umständen kämpfst, die dich vielleicht in Bedrängnis bringen. Die Fünf der Münzen ermutigt dich, dir Unterstützung zu holen, wenn du sie brauchst, egal ob es sich um finanzielle Hilfe oder emotionalen Trost handelt. Sie erinnert dich daran, dass du deine Herausforderungen nicht allein bewältigen musst. Neben der Fünf der Münzen liegt die Fünf der Schwerter. Diese Karte steht für Konflikte, Wettbewerb und die Notwendigkeit, deine Interessen zu schützen. Sie steht für eine Zeit, in der du mit Widerständen konfrontiert wirst oder dich in Streitigkeiten verwickelst. Die Fünf der Schwerter fordert dich auf, bei Konflikten vorsichtig zu sein und deine Schlachten weise zu wählen. Sie erinnert dich daran, dass Gewinnen um jeden Preis manchmal zu Isolation und Unmut führen kann. Als letztes haben wir die Mäßigung. Diese Karte steht für Gleichgewicht, Harmonie und das Finden eines Mittelweges. Sie steht für eine Zeit, in der es darum geht, gegensätzliche Kräfte zu vereinen und ein Gleichgewicht in deinem Leben zu finden. Die Mäßigung ermutigt dich, das Gleichgewicht in dir selbst und in deinen Beziehungen zu suchen. Sie erinnert dich daran, dass Mäßigung und Geduld zu einem harmonischen und erfüllten Leben führen können. Zusammen ergeben die Fünf der Münzen, die Fünf der Schwerter und die Mäßigung eine Kombination aus Herausforderungen, Konflikten und dem Bedürfnis nach Gleichgewicht und Mäßigung. Nimm heute die Energie der Fünf der Münzen an, indem du dir die Herausforderungen, vor denen du stehst, eingestehst und bei Bedarf Unterstützung suchst. Zögere nicht, um Hilfe zu bitten, egal ob es sich um finanzielle oder emotionale Unterstützung handelt. Gleichzeitig verkörpere die Energie der Fünf der Schwerter, indem du bei Konflikten vorsichtig bist und dich für Lösungen entscheidest, bei denen Harmonie wichtiger ist als das Gewinnen um jeden Preis. Vermeide unnötige Konfrontationen und suche, wenn möglich, einen Kompromiss. Kanaliere die Energie der Mäßigung, indem du ein Gleichgewicht in dir selbst und in deinen Beziehungen findest. Bemühe dich um Mäßigung und Geduld, während du die anstehenden Herausforderungen und Konflikte meisterst. Heute ist ein Tag, an dem du dich Herausforderungen und potenziellen Konflikten stellen musst und das Bedürfnis nach Ausgeglichenheit und Mäßigung verspürst. Nimm die Energie der Fünf der Münzen an, indem du dir deine Herausforderungen eingestehst und Unterstützung suchst. Nutze die Weisheit der Fünf der Schwerter, wenn du Konflikte mit Vorsicht angehst und nach Lösungen suchst, bei denen Harmonie im Vordergrund steht. Denke daran, dass Ausgewogenheit und Mäßigung der Schlüssel zur Harmonie in deinem Leben sind, besonders in schwierigen Zeiten. Wenn du die Qualitäten dieser drei Karten kombinierst, kannst du den Tag mit einem Gefühl der Widerstandsfähigkeit und Vorsicht meistern und das Potenzial haben, inmitten von Widrigkeiten ein Gleichgewicht zu finden. Widerstandsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit,